Moin! Unser Album Public House ist ja am 7.7. erschienen und wir arbeiten natürlich bereits an neuem Material und Saskia hat einen wundervollen neuen Tune geschrieben. Heute dürft ihr hier im Proberaum uns mal über die Schulter hören quasi. Das ist kein finaler Stand. Das ist eine Version, an der wir gerade arbeiten. Wir haben noch ganz viele Ideen. Viel Spaß dabei. Arbeitstitel ist Boaty McBoatface. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Solch eine Sonderaktion hier aus dem Proberaum machen wir die Tage häufiger. Immer zuerst bei uns im Newsletter. Also dringend abonnieren.